Es...keine Sohn. Wieso? Ey, aber...wieso? Warum? Ich hasse das... Warum? Schau! In Minecraft, wenns blödlich so wobbelt beim Sprint. Beim Sprint. Warum? Tell me why! Ah, du! Nichts. Was? Ich habe ein bisschen gemerkt, in der ersten Aufnahme habe ich durch und gesagt... Du schiech! Es hat schon einen gewissen Tag gegeben. Und ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe gesagt, der Thomas ist scheisse... Und dann ist schon eine gewisse Resonanz... Von dem N-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Ja, ich probiere es gleich raus... Aber es ist ein bisschen schwierig gar nicht zu gamen. Was mit einem Paintball? Oder was hast du gesagt? Also, jemand von euch Paintball spielt? Dir oder Männer? Ja... Schau jetzt nicht, es ist scheisse. Vielleicht... Es lässt einen machen, aber... Wir sind auf jeden Fall begeistert... Von dem Spiel... Von der Grafik und so weiter... Sonst ist hier noch eine linke Beschreibung vom nächsten Video... Von was? Von PEMP? Ja, von PEMP. Jetzt kommt sie rein... Da muss... Ist dein Herz jetzt wieder ein bisschen im Hals... Am rumspacken... Ja, sorry... Ich habe noch gegessen... Ja, nun geht's... Ja... Ich hasse das an Minecraft... Gell? Es... Immer wenn man gerade gut wäre... Wird es... Nein... Es... Nein... Nicht das... Ich bin immer scheisse... Aber es wobbelt so... Uuuu... Gesehen... Schon... Ey, langsam gebe ich auf mit dem Scheit... Ey, machen wir uns dort vorne mal einen Checkpoint... Weil... Langsam... Ja, schon... Easy... Wenn jeder wieder mal dorthin ist... Dort vorne... Bei den... Bei den Kisten... Demu... Gibt's... Ja... Demu, gibt's dir Mühe, was der Checkpoint... Ja, Mensch... Ich komme bis jetzt... Gell, Janu? Machen wir ein bisschen Pause... Warte kurz... Warte kurz... Warte kurz... Ja, der könnte... Easy... Wärte mal da gewesen... Ja, der bin ich schon lange mal... Aber... Hoorrr... Ich bin Kiela... Weisst du was? Kiela weisst du was. Kiela weisst du was? Kiela weisst du was du tutsch? Kiela weisst du was, man will mich locker... Ja, du, willst du nicht wieder? Hey! Sein PC ist auch abgeschmiert. Nein, er ist nur gemutet. Er hätte auch etwas sagen müssen. Ja, muss sagen. Und jetzt muss ich euch etwas sagen, dass ich... Du musst! Jonas, KS! Ja, dann wird es schon um 9 Uhr. Ja, ja. Und vielleicht das Dessert. Ah, ich... Du musst für das Dessert, ex? Ja, das ist eh nicht mehr so gut dran. Nein, ich muss drauf. Die sind nicht so wahnsinnig gut dran. Weiss, kommen alle mal hier mal pennen. Ja, warte, ich habe es geschafft. Weil es ist mein Speck. Also, weil... Ja, hat es gut geschafft. Jawoll! Ja, ich bin ihr Wangen aufgewacht. Jawoll! Juhu! 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 Graf! Juhu! 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 Du kommst einfach unten spät ab! Ja, einfach mal kurz das Raub! Warte, schnell! Aber, hast du gesehen! Ich bin ja dran g干i! Du musst aufmachen und Schiff drücken, v.a. Wem ist welches Bett? Easy mal schau. Wem ist welches Bett? Ah ja, stimmt. Wem ist welches Bett? Mir ist das Hingerste. Du musst Schiff drücken. Aber du darfst gerne das Gleiche kommen. Nein, du musst jetzt das Hingerste schauen. Also in das, was nicht steht? Das ist Meiss, das. Nein, das ist ja am Febu, das ist das Mittlere Meiss, oder was? Ja halt, das Mittlere. Das ist doch egal. So, einfach jeder in das Nest geben. Tut uns noch Fotos, Febu. Was Fotos? Nein, sind wir auch ins Nest. Warum? Es sieht witzig aus, wenn Minecraft im Nest legen. Ich habe Eis. Oh, wie ich kann es machen. Easy, dann geht mal jeder ins Bett. Wettli. Okay. Aber ja, ich bin gleich... Hallo Babel. Hey Melle. You're on YouTube. Congratulations. Oh, ich bin der Kreativste. Also Geile, ich muss es bestellen. Melle, willst du nicht noch game? Wolltest du nicht noch game? Wolltest du nicht noch game? Ich bin der Kreativste. Oh, hör auf! Ich bin der Kreativste. Geile, ich muss es abrufen. Jetzt alle zusammen. Du ruiniest ich sie aufnehmen. Melle, Hau ab! Okay. Ich bin der Kreativste. Ja, ich bin der Kreativste. Ja, ich bin der Kreativste. Wir haben die Kreativste. Oder was ich? EZ, LAST TRY. Okay, dann noch ein Versuch. EZ, jetzt weiß ich, wenn ich es mit der Schule leite. Ich bin der Kreativste. Okay, wir versuchen. Okay, das war der zweite Letzte. Easy. Also, dann... Ich würde sagen... Tschüss zusammen. Bis ein anderes Mal wieder. Bis ein anderes Mal. Und ja... Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wir würden uns freuen, ob ihr ein Like oder ein Gefallen kommt. Und so weiter. Wenn ihr Bock habt natürlich. Tschüss zusammen!